... die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfüllt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die OSS! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmutz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärakademie nur behindert! Es hat mich gegen nur als wesentlichem Widerstand! Ich hab' ich weggelegt! Ich hab' dir gut daran getan! Und jahrelang alle Höheroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie für die Akademie! Ich war nie für die Akademie! Vielen Dank.